Es gibt nur wenige Ideen, die einen so großen Einfluss auf die Bildung hatten, wie die von John Dewey. Um seine Ideen zu verstehen, stellen wir uns vor, dass Dewey in der heutigen Zeit wieder auftaucht und versucht, seine Theorien in einer konservativen Schule umzusetzen. Dewey war ein Verfechter des Learning by Doing, auch bekannt als handlungsorientiertes Lernen. Er beobachtete, dass Kinder besser lernen, wenn sie aktiv beteiligt sind, weil sie in die Gegenwart eintauchen und nicht in eine ferne Zukunft, wie zum Beispiel Abschlussprüfungen. In Biologie lesen die Schüler keine Bücher, sondern bauen Pflanzen an, ernten Früchte und füttern sie dann an Schnecken, um zu sehen, was passiert. Manchmal klappt es, manchmal passieren Unfälle. Egal, wie es ausgeht, die Schüler machen sich Notizen über ihre Beobachtungen und machen umfangreiche Erfahrungen, die sie sich besser merken können. Am Ende jeder Stunde fassen sie das Gelernte zusammen und diskutieren darüber. Die Diskussionen bereiten die Schüler auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vor. Einer Gesellschaft, in der Entscheidungen auf vernünftigen Argumenten beruhen sollten. Durch die Debatten lernen die Kinder, ihre eigenen Ideen zu formulieren. Sie üben, andere zu überzeugen und lernen, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. In einer Diskussion argumentierten einige Schüler, dass Schuluniformen die Selbstentfaltung einschränken und deshalb abgeschafft werden sollten. Dewey glaubte, dass Schulen die Kinder auf das Leben selbst vorbereiten und der Gesellschaft als eine Kraft für Innovation und Reformen dienen sollten. Er ermutigte diese Schüler, eine Petition zu starten, um selbst herauszufinden, ob ein wirklicher gesellschaftlicher Wandel möglich ist. Unterricht ist interaktiv, weil Dewey glaubt, dass die Interaktion mit der Umwelt für den Lernprozess essentiell ist. Denn Bildung ist eine Erfahrung, die einem ständigen Wandel unterliegt. Passive Wissensempfänger hingegen lernen sehr wenig, wenn überhaupt etwas. Die Gruppe, die die Petition gestartet hat, stellt dem Lehrer ihre Ideen vor und beginnt einen Dialog. Dadurch erweitert sich ihr Verständnis und ihr Lernen wird untermauert. Das Lernen ist interdisziplinär. Dewey glaubt, dass Kontinuität entscheidend für das Verständnis ist. Und dass ein fächerübergreifender Unterricht den Schülern erlaubt, auf dem aufzubauen, was sie bereits wissen, was ihr Verständnis vertieft. Was sie in der Biologie beobachtet haben, wird in der Mathematik berechnet, im Deutschunterricht beschrieben und durch die Kunsterziehung in Bilder umgesetzt. Dadurch lernen die Schüler, wie die Dinge zusammenhängen. Dieser Prozess ist effektiver für das Gehirn. Es kann so neues Wissen mit früheren Erfahrungen vernetzen und stärkere gedankliche Modelle bilden. Dewey glaubte, dass eine Gesellschaft bei der Berechnung der Bildungskosten nicht nur den Preis für Schulgebäude, Lehrergehälter und andere Ressourcen betrachten sollte. Sie sollte auch die Kosten all der Stunden berücksichtigen, die von den Kindern aufgewendet werden. Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Und des menschlichen Fortschritts. Deshalb sollte ihre Zeit im Unterricht nicht vergeudet werden. Somit ist es die Verantwortung der Schule, ein Spielplatz zu sein, um eine Zukunft zu üben, die wir uns wünschen. Damit die Kinder, wenn sie erwachsen sind, diese Zukunft auch gestalten können. Die Gruppe, die die Reform der Kleiderordnung anstrebte, erlangte ein tieferes Wissen über das Thema und war in der Lage, gute Argumente zu entwickeln. Sie druckten Transparente und Flugblätter mit ihren Forderungen. Sie diskutierten ihre Ideen mit allen, bis die Mehrheit der Schüler und Lehrer ihre Petition unterstützte. Am Ende überreichten sie die Petition dem Schulleiter und eine neue Schulordnung wurde verabschiedet. Deweys Ideen waren zu seiner Zeit nicht immer populär. Und obwohl wir in den letzten Jahrhunderten einige Fortschritte im Bereich Bildung gemacht haben, ist die Situation heute wirklich besser? Was denkst du? Hast du in deiner Schule Learning by Doing erlebt? Und ermutigt deine Schule dich und deine Freunde dazu, sich für soziale Reformen zu engagieren und die Zukunft zu gestalten, die wir uns wünschen? Schreib uns deine Gedanken in die Kommentare unten. Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com.spouts. Wenn du dich in bestimmten Akten